Der Herr hat einen Platz für dich gefunden, mein Kind. Du solltest dankbar sein. Wenn du dich vor die Regeln unseres Konvents hältst, wirst du keine Probleme mit mir bekommen. Herr, mein Platz ist nicht hier. Erkennst du das nicht? Gott ist nicht hier. Allmächtiger Herr im Himmel. Wo locket den Vater, der uns Einlass gewährt in sein sündiges Reich, ihr die Huren Gottes? Mein Herr Jesus Christus, dich allein will ich lieben. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020